hallo freunde es geht weiter mit daian und es ist der tag der entscheidung glaube ich ich soll jetzt irgendwie zum tempel gehen jetzt frage ich mich warum ich so weit weg bin vom tempel ich muss noch mal zurück müsste dann unterweltpassage sein ja ich glaube das ist das liegt in der nähe vom tempel glaube ich ich soll jetzt irgendjemand treffen aber so am tempel ich soll da abgeholt werden und ich rechne mit gegenwehr also lust habe ich auch was trinken hier oder ein paar schöne vitamine reinstopfen wie komme ich denn noch mal hoch zum tempel alter ich glaube darunter so genug pfeil habe ich alles parat genügend medizin dinge habe ich das da kann ich mal anziehen ansonsten kann man alles lassen verbraucht halt viel mehr ausdauer das ding aber hält auch mehr aus bin ich jetzt überhaupt richtig hier ich glaube dahinter dann geht es da irgendwo hoch wenn ich mich da recht daran erinnern kann das ist aber echt extrem junge komme ich dir doch wieder das hemd an jetzt dann wenn ich beim tempel bin oben welchen das anziehen hier ist falsch alter hier fast hätte ich das ding übersehen so was hat er gesagt 9 uhr oder so soll ich da oben sein habe ich ja noch ein bisschen zeit ist das überhaupt der weg ich glaube ich muss klettern oder so nee das müsste der weg sein oder zum tempel warte mal ich aufgaben liste finden sie den ursprung des klangs was für ein klang finde andres versteck den typ habe ich doch schon gefunden oder nicht doch den habe ich schon gefunden erreiche den tempel 9 uhr morgens im tempel ich soll um 9 uhr morgens im tempel auf den alten minen sein das ist eine einmalige gelegenheit ich werde diese chance nicht verpassen wir haben jetzt 8.30 Uhr so ich werde jetzt hier nochmal abspeichern könnte auch eine falle sein ne also ich müsste mit allen rechnen hier oh scheiße ich habe es gewusst irgendwas passiert oh 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 nee alter oh scheiße alter na toll alter gut in nummer 3 war das dann ja krass ich kann daphne ich kann't let you go ich kann't let the world out there corrupt you once again ich kann't let it exploit you ich kann't allow for your potential to be trapped inside an invisible cage they will enslave you they will steal your future no i can't let that happen the world out there does not deserve you please believe me daphne your failure is my failure goodbye na toll alter der arsch alter wie die Gegner sind denn da jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 die ich jetzt wahrnehmen kann ich kann nicht mal abspeichern scheiße nicht mal abspeichern scheiße nicht mal abspeichern auch ich glaube das ist ein hund kann das sein ich glaube das hat was gehört lang so wie ein hund gut an scheiße vater oder nicht mal in He Oh, das ist der... Alter, wo rennen die überall hin? Achso, die rennen dem Hubschrauber nach. Geil. Was Idioten. Alter, guckt euch das mal an. Die laufen dem allen nach. Scheiße. Ah, der Hund. Ah, ja, schade, schade. Leider verpasst. Da vorne war irgendwo eine Nische. Da könnte ich gleich reinhubsen. Da kommen die mir nämlich bestimmt nicht hinterher. Da oben steht noch einer. Da oben. Ja, da oben. Da oben braume ich jetzt. Da oben. Da oben. Da oben. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Aaaaaah! Das ist ein paar Mike. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es sind noch ein paar Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es sind noch ein paar Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es sind noch ein paar Hier ist die Nische, wo ich vielleicht rein kann Die müssen nämlich da reinspringen, um mich zu erreichen Was macht der da einfach? So, auch Blatt Okay, dann werde ich mal rutspringen Scheiße, Alter. Wie kann ich die jetzt erreichen? Wie kann ich das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Ja, ist ja nicht mehr viel da. Also ich hab's schon fast alle gekillt, Alter. Doch nicht so schwer. Der große Koloss wird das Problem sein. Der Typ da wird das Problem sein. Die anderen, die gehen eigentlich alle. Alter, ich steck fest. Bin ich dein Ernst? Ich steck fest an dem Penner seinen... Oh, Junge. Ich steck fest. Was sind das für ein Blöden? Oh, Junge, Alter. Toll. Ist doch nicht normal, Alter. Lass mich hier raus. Oh, ihr Penner, Alter. Ja, was soll ich machen, wenn ich einen Baum feststecke, Alter? Wie kann das sein? Wegen dem Arsch. Boah, Alter. Raus hier, los. Ja, ich komm hier nicht weiter. Scheiße. Was ist ein Müll. Jetzt war ich schon so weit, Alter. Als steck ich im Baum fest. Was ist ein Müll, ey. Vielleicht schaffe ich es ja so, dass alle tot sind und das Spiel hört dann automatisch auf. Keine Ahnung. So, hier ist noch der Koloss da. Also ich hab nicht mal getroffen mit dem Giftpfeil, Alter. Was ein Scheiß. Muss ich halt hier verweilen. Wenn es nicht klappt, muss ich es nochmal neu laden, ey. Scheiße. Scheiße. Geht schlechter aus. Die Pfeile werden nicht reichen. Das wird nicht reichen, Leute. Nee, ich muss das nochmal laden. Das ist scheiße, Alter. Wie kann man nur am Baum feststecken gehen, willst du jetzt, wo ich fast alle Gegner tot hab? So kein Kack, Alter, echt. Das rückt mich jetzt auf. Wie dumm. Ja, komm, das müssen wir nicht nochmal gucken, ey. Scheiß, Alter. So ein Scheiß, Alter. Guck nochmal, die ganze Scheiße. Ja, ja. Ein vehicles benchbewusstwerkel. Ich bin Qué sanft, Daphne. Ich verankerte dich. Es kann los, Daphne. Ich kann los, Daphne. Sie können los parityosthisisierden. Ich darf das nicht notorious ensemble. Ich kann lesen. Ich kann los, Daphne. Ich weiß es waren drei Hunde glaube ich oder so. Ich weiß es waren drei Hunde. Oder waren es doch nur zwei? Oh du blöde Kuh alter. Oh man, ich raste hier gleich aus mit der... Ich raste hier gleich aus. Ich raste hier 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 aus. Okay, da geht es natürlich auch. Ich raste hier aus. Ich raste hier aus. Ja. Alter. Stehen bleiben. Ich weiß ja nicht warum das jetzt schon wieder verpackt ist. Aber das ist diesmal gut für mich. Wenn die mich jetzt doch nicht killen. Ich werde hier mal ein Medikament nehmen. Ich raste hier aus. Okay, das war's. Komm, lauf weg Junge. Boah. Wollten wir die Pfeile gerade schnappen hier. Da ist ja keine Pfeile dabei. Da ist ja keine Pfeile dabei. Komm, ich raste jetzt hin. Komm, mal bitte drauf. ja gesicht ist geschützt alter ne mach den einfach so platt, scheiß drauf wenns geht ist es gut, wenns nicht geht na das sieht gut aus, das könnt ihr nicht schaffen ich schmeiß noch mal einen molotov cocktail hin der letzte der letzte ist zwar ein bisschen doof, aber egal ich war ja kurz davor, schon vorher also, macht's das wieder gut so, der ist gleich tot er ist tot noch die letzten zwei so, der hat keine Pfeile für mich da sehr komisch ach, das sind die zwei, die da oben stehen ah ja, das wird leicht das wird leicht oh, verpacken wir war der letzte das war's oh, endlich eh scheiße why are you doing all of this you think it's freedom you're going back to that you're leaving captivity the world out there is a burning furnace Daphne and you are all digging your own grave every single day did you fight this hard only to live in a world like that do you really want to be an accomplice of it good zwei spiele heute abgeschlossen thief 2 und das spiel endlich kann ich wieder was neues zocken ich würde mal gerne wieder ein horrorspiel zocken ich habe schon lange kein horrorspiel mehr gezockt maybe you think you're innocent that your conscience is clean but it's not it never was you're guilty when you drive your car to the supermarket around the corner when you eat a hamburger in your favorite fast food joint when you buy designer clothes at the mall you're guilty when you enjoy the cool breeze coming from your AC or when you take a long hot shower the world out there is rotten Daphne you'll never be as free as you were here this place may be wiped out soon but one day one day you'll wake up in the middle of the night thinking was that the right thing to do? am I really free now? you'll know the answer when the time comes ok das war's Leute yo dann verabschiede ich mich Leute und wir sehen uns bei einem nächsten Spiel dann danke fürs Zuschauen und bis dann ciao ciao und bis dann und bis dann und bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann